Es gefällt mir, dass die Heidelberger Volksbank regional in Heidelberg ansässig ist und dass man sich unter den Kollegen kennt, da die Bank nicht sehr groß ist. Ich bin ein sehr offener Mensch und habe kein Problem auf Kunden zuzugehen und das ist sehr wichtig bei diesem Beruf. Es finden regelmäßige Abstände in der betrieblichen Schulungen statt, wobei wir auf bestimmte Themen immer wieder geschult werden und auch nach unserer Befindlichkeit befragt werden, sodass ein reger Austausch mit unseren Vorgesetzten besteht. Freundlichkeit und Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein, das ist sehr wichtig bei der Ausbildung. Es gefällt mir, dass ich weiß, dass ich später verschiedene Möglichkeiten habe, in denen ich arbeiten kann und dass die Bank in dem Bereich sehr vielfältig ist. mira einen Schiff